Jetzt sind die Doors. Großer Aufbruch. Dann komm. Dann kommst du mal. Dann kommst du mal. Wir sind jetzt da. Dann kommst du mal. Nach einer mehrstündigen Einweisung feimt uns zwar der Kopf. Viele Sachen haben wir bestimmt nicht behalten. Wir mussten auch schon mal wieder einige Sachen nachfragen. Aber anschließend hatten wir unser Wohnmobil zu Hause. Wir waren glücklich. Und sind glücklich. So, jetzt wird das Wohnmobil noch eingerichtet. Und Reise fertig gemacht. In der nächsten Woche soll es losgehen. Auf die erste große Urlaubstour. Drei Wochen erst mal Richtung Osten. Mecklenburgische Seelenplatte. Mal sehen, wo es den Zin treibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Wir sehen uns dann. Auf die Had outer스트 Serie. 와, jetzt kommen wir jetzt mit einem Glärmobil. Ar YEER Loh.